Schau mal ganz schnell. Nee, hier haben wir eigentlich auch alles gemacht. Läuft hier noch einer rum? Kann das sein? Da waren wir auch drin. Das erinnere ich mich noch. Ja, du kannst dich an etwas erinnern. Ja. Das ist jetzt nur noch das da. Glaube ich. Ja. Die zweite, äh, dritte Geschichte war sehr kurz hier. Eins von sieben, boah, okay, dann... Richtig gut schauen. Achso, wir sind gleich im Spiel. Entschuldigung. Ich dachte, wir hätten jetzt nochmal coole Vorschau. Lass mich durch. Dankeschön. Nix. Kannst du dem Reporter helfen? Ausgerechnet heute musste ich mit bloßen Händen Brathähnchen essen. Ich Idiot. Du musst ihm helfen. Hilfe! 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 Das ist der Citizensosition, dass du uns für die Pulitzer einbringst! Was für Pulitzer sports perceive das du gerettet wurdest von einer kleinen Mädchen? Wo du nicht da auskommst. Tod! Leute! Leute, Dude. Deine Crew ist Tod. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Da wäre jetzt nichts passiert, aber... Ich hätte halt nichts machen können. Okay, kann ich da irgendwie rüber? Weil da hinten sehe ich, dass man da ganz viel machen kann. Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Okay. Krutsch. Ich find's sehr angenehm alles. Wenn wir durchzuschlagen können. Eigentlich ist schon sehr viel, äh, mit dem anders. Ich hab schon sehr viele Probleme, obwohl es noch gar nicht, äh, draußen ist, die werte Dame. Ah ja. Schleiße. Die wärt dem wahren Mama. Mach ich ja. Vielleicht. Vielleicht. Hallo? Komm ich hier irgendwo hin? Auch nicht. Okay, da will ich jetzt wissen... Ja, das kann man abwerfen. Hä? Ist das aber hallo? Was denn da hinten? Nichts für jetzt auf jeden Fall. Ja, ist dunkel, ich weiß. Nach oben. Gut. Hier hinten gibt's auch nichts. Kann ich das abwerfen? Nein. Das da? Ah, das Zeug da hinten kann ich abwerfen. Alles klar. Ich komm und helf euch. Kein Problem. Das sind ja alles so herzensgute Menschen. Hilf mal, obwohl... Naja. Rehe nicht unterprobleme. Kein kommt. Kein kommt. Mama ist wütend. Au. Nicht die Würstchen. Alles klar. Ich geh jetzt aber rum durch. Warum gibt's hier was? Nicht so. Oder jetzt vielleicht nicht. Weiß nicht. Hä? Wer? Was? Kann ich... Nö. Alles gut. Wo ist denn mein Kumpel? Wieso läuft er ganz nach hinten? Komischer Typ. Ich mein, man kann's schon mit einer Person machen, aber... Wenn da was ist wo zwei dranhängen müssen, dann hab ich ein Problem. Ich war zu fett, habt ihr gesehen? Ja, sehr wahrscheinlich. Danke schön. Und jetzt brauchst du schon Mädchen. Na klar, sie werfen den Anker nachdem sie verunten. Piraten, haltet sie auf! Piraten, was? Wir sind keine Piraten. Wir sind, äh, Retter der Gerichten. Oder so. Tini. Ich versteh nicht, was mit der Crew passiert ist. Oh, haben wir hinter dem Chip nach Wasser schieren gesehen? Was ist das? Okay, das hat mich gar kurz aus der Fassung gebracht. Was, was ist das hier? Oh mein Gott. Velociraptoren! Irgendwie viel kleiner sind als die Raptoren. Obwohl ich mal sagte, die Velociraptoren sind die gleichen wie die Raptoren. Man nennt sie einfach anders. Wie so auch immer. Okay, ich brauch nen Typ mit, äh, Elektroshocks. Hier, wir können das. Komm runter! Wow, 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 wow! Dankeschön! Oh. Äh, hatte ich... Ich hatte keinen, der Crashchen. Doch, der Typ im Badeanzug. Aber egal. Und ich geh raus! Dann hab ich doch alles, was uns hier vorgefallen ist. Danke! Ach, also gut. Wir sind von der Isla Sorna losgefahren. Und ich hab in der Kiste ein Nickechen gemacht. Und dann kam der Crash und du hast mich gerettet. Sorry. Hast du mehr erwartet? Hier, nimm das. Wo gehst du hin? Alles klar. Er bleibt einfach da. Geht's da noch wohin? Geht da herum rein? Okay. Wieso kann's hier eigentlich nicht durchgehen? Manche keine kleine ist. Da ist er. Aha. Ich brauche einen, der reparieren kann. Wie den zum Beispiel? Wo ist jetzt Batman? Okay. Ich hole nicht Batman. Hier holen Batman jetzt nicht. Entschuldigung, ist ja schon gut. Ich lass. Wo geht's da hin? Ach so. Na gut. Schwarzkart gewesen. Ach so. Na dann. Da störe ich halt alles. Mein Gott. Da liegt einfach noch der Kopf. Hahaha. Dieses Spiel ist für kleine Kinder geeignet. Das sind schließlich nur Digo-Sachen. Okay, das kann nur Mac. Mac! Mittendrin. Ja, also zuerst kam die Welle. Dann gab's schon ne Klammer. Dann kamen die Menschen. Und die Menschen dachten, ne, sie machen sich gut. Und so war das. Genau so. Nicht anders. So, war das jetzt alles nur Zeug, was ich jetzt finden werde? Ist jetzt irgendwie traurig. Okay. Na schön. Schönen. Ehh, du folgst mir jetzt schon wieder mit. Oh. 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 Ah. Kann ich hier runter? Okay, die sind voll ins Pier rein. Das war das, was ich vorhin gesehen hab. Aha. Unsichtbare Kräfte können mich nicht mehr aufhalten. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, aus Harry Potter. Obwohl, das ist ja eins von den neueren Ego-Spielen von dem hier. Wird das hier schon der Ziel zu? Ja, ja, im Fall, du kannst da durch. Ich hol dich ja schon raus. Ehh. Na, geht's dir gut? Schön. Das war's. Eins von zehn fehlt. Oh ja! Ich komme ja schon. Aha! Guck, gesprungen. Ferien? Was machst du im Dunkeln? Du hältst das im Dunkeln aus. Sei es doch böse, böse. Hey, man schlägt mich einfach zu. Woah! Hiiii! Wir werden ein größeres Boot brauchen. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Jetzt fanden wir schon wieder irgendwas mit Auto. Wieso? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es war. Ob es Jungs war oder nicht. Komm noch! Maaah! Was, Taxi? Komm schon! Maaah! Nein! Ich hab dir doch Futter gegeben. Ich schau grad... oh mein Gott! Ich... ich wollt grad sagen, ich schau grad noch links und rechts, wo das... das Ding sein könnte. Oh man! Oh man! Waaah! Da war's! Da war's! Oh nein! Was? Gut, dann kann ich wieder wechseln. Maaah! Maaah! Komm schon, schrei! Nur einmal! Nein, euch hat er nicht gesehen. Ja, Moment mal! Ich muss hier noch einmal Futter geben. Was war das? Ach was! Ooooooh! Ooooooh! Okay, ich hab's verkackt. Ist ja der letzte Teil. Dann wollen wir mal! Bereit? Wo ist der Red? Ist er noch hinter und her? Nein! Oh! Neck! Dr. Malcolm! Dr. Malcolm! Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich will den Kleiden! Oh! Oh! Da bist du ja! Warte! 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 Oh! Warte! Oh! So süß! Der Kleiner hat seine erste Beinte gejagt! So, ich muss da nochmal ganz kurz reingehen. Auf dieser Stelle, wo ich da rüberspringen soll. Auf der rechten Seite. Oh, was ist denn das? Noch ein Langhals? Beispiel. Straßen von Dan Diego. Ist eigentlich egal, mit wem ich da fahr. Vielleicht da unten gibt es eine Dino-Info. Vor dem Endaussterben wurde Dynophosaurus dem Megalosaurus zugeordnet. Erst als Exempläre mit einem Knochenkamm ausgegangen wurden, wurde er als eigenständige Dingens... ...wahrgenommen. Wahrscheinlich. Nee. Er sieht euch nicht. Seht euch nicht. Ich glaube, das war tatsächlich auch ein eigenständiges Minikit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Oh, das ist ja gemein. So. Hier muss ich unten durch. Gut. Tollegang. Yeah. Ja. Ich brauche ein bisschen Geld. Was, Taxi? Das ist kein Taxi, Leute. Da fehlt. Ich habe kein Taxi momentan, okay? So. Mal schauen, was kann ich denn hier... Ah. Ich kann hier schön die Ampel und alles umhauen. Malcom sieht auch so aus wie der... Wie... Wie hieß er nochmal? Eigentlich kann ich das schnell. Verspringen. Malcom sieht aus wie der Typ von Knight Rider. Weiß nicht mehr, wie der hieß. Der andere als... Das Auto. Mit Kid. Hm. Knight Rider war auch toll. Davon gibt es aber leider kein Degospiel. Aber ein normales Spiel. Ich muss nicht mal schauen, ob das läuft. Sonst könnte ich ja das mal spielen. Obwohl ich keine Lust mehr habe, wieder gegen den bösen Bruder von ihm zu kämpfen. Also einen bösen Auto-Bruder von Kid. Wie hieß der? Fred oder so? Weiß nicht mehr. Egal, Millikid. Schauen wir jetzt alle. Wuuu.